Hi! Oh, was ist das? Prost! Das ist ja lecker! Wow! Was passiert hier? Das war lustig! Wow, ein Rad! Wie aufregend! Ab geht die Post! Lass uns das Rad drehen! Wo wird's wohl stehen bleiben? Ein Regenbogen! Oh, wie aufregend! Wow, wo kam das denn her? So viele Poppets auf einmal! Wow! Sarah, sieh mal da! Wow, ich bin ganz schön neidisch! Eine Glocke? Ist das alles? Okay, dann muss ich sie vielleicht läuten! Oh, wow! Ein tanzendes Einhorn! Echt cool! Danke, Mr. Einhorn! Bye! Einhorn-Cornflakes! Lecker! Sieht wirklich lecker aus! Los geht's! Wow, ich hab noch nie so viele Poppets gesehen! Das wird richtig lustig werden! Hört das auch nochmal auf? Noch mehr! Träum ich etwa? Es ist wieder voll! Das wird mich noch ne Weile beschäftigen! Das macht echt Laune! Okay, ich bin dran! Zum Glück hab ich immer eine Schüssel und Milch dabei! Okay, bin bereit! Oh, so bunt! Das schmeckt bestimmt richtig gut! Perfekt! Äh, Mindy? Alles okay? Alles okay? Okay! Ich bin gleich bei dir! Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst! Sollen wir zusammendrehen? Uh, blau! Sieh mal ein Ring! Ich hab ne Limo! Ob der mir passt? Hast wie angegessen! Endlich hab ich meine Traumfrau gefunden! Willst du mich heiraten? Ach du! Danke, meine Liebste! Das ist meiner! Hey, lass los! Nom, 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 nom! Hör auf! Ciao! Das war mega weird! Er hat meinen Ring geklaut! Das war irgendwie lustig! Okay, ich probier mal einen Schluck! Das wird sowas von gut! Wow, sieh mal wie blau das ist! Und es fehlt noch eine Geheimzutat! Ein Hauch magischer Staub! Und rein damit! Ach, warum geizen? Ich brauch einen Strohhalm! Und gut umrühren! So ist es gut! Echt mega hübsch! Yummy! Äh, Mindy? Er hat meinen Ring geklaut! Ich bin so traurig! Ich hab noch einen Strohhalm! Ich teil die Limo mit dir! Mindy, probier mal! Wirklich? Wow, echt gut! Ah! Okay, wer fängt an? Ich! Welche Farbe wohl kommt? Rot! Uh! Wow! Wow! Nicht übel! Und was ist das hier? Das sieht sehr spaßig aus! Und wofür ist dieser Knopf gut? Wow! Da fliegt es davon! Wow! Wow! Ups! Sorry! Das war nicht gut! Ich probier mal die Süßigkeiten! Boah, sind die winzig! Schmecken aber echt gut! Und nun gönne ich mir den Rest! Boah, echt lecker! Oh, ich will auch Süßigkeiten! Meinst du, er kommt wieder zurück? Hey! Da sind ja Süßigkeiten! Die hab ich ganz übersehen! Wie die wohl schmecken? Rein damit! Sowas von gut! Hey! Wem gehört das hier? Oh, äh, mir nicht! Das gehört ihr! Sarah! Ah, echt jetzt? Bitteschön! Danke! Oh, cooles Bike! Es fehlt aber noch eine Sache! Nein! Bitte nicht! Nein! Das war ein Unfall! Stopp! Hä? Cool! Das ist ja mega! Danke, Mr. Alien! Warte mal! Was machst du da? Ich mache eine Spritztour! Aber... Das wird mir keiner glauben! Abgefahren! Darf ich drehen? Na klar, nur zu! Lila! Uh, ein Handy! Wie niedlich! Nice! Wow, cooles Handy! Wow, ich liebe diese Challenge! Selfie! Ist das nicht süß? Hey, das ist unfair! Ich habe die Regeln nicht gemacht! So geht das nicht! Ich muss jemanden anrufen! Hey, ich brauche deine Hilfe! Ja, es ist dringend! Verhalte dich unauffällig! Was? Da ist sie! Wie du meinst! Die Kamera liebt mich! Und was ist passiert? Genial! Danke! Mein Geld! Wow, ich muss dafür zahlen? Das war es mir wert! Danke! Bye! Hast du das gemacht? Das ist voll gemein! Keine Ahnung, wovon du sprichst! Das ist doch nur ein Spielzeughandy! Warte, ist das Schokolade? Gar nicht mal so übel! Das könnte ich immer essen! Oh nein, nicht im Ernst! Oh, ich hab's! Das ist ein Lutscher! Mann, riecht der gut! Und wie schmeckt der? Voll gut! Mh! Ich bin dran! Pink! Wow, Rosen! Wie romantisch! Und sehen lecker aus! Wie schmecken die? Wow, einfach mega gut! Wow! Äh, hallo? Ich warte! Das ist typisch! Ich hatte echt noch nie so viele Rosen! Ich hatte eine Idee! Das wird gut! Was macht Mindy denn da? Ich brauche Klebeband! Tada! Eine Rosenkrone! So wunderschön! Wie lange dauert das denn noch? Endlich! Spaghetti? Mal probieren! Wow! Ist das alles? So ein Jammer! Mir doch egal, ich mag Spaghetti! Wart nur ab! Und wie sehe ich aus? Echt hübsch, oder? Mh! Erdbeeren! Mh! Lecker! Ich will mehr davon! Schicke Frisur, sag mal! Finger weg! Na gut! Essen gibt's in verschiedensten Farben! Wärst du bereit für diese Regenbogen-Challenge? Welches Essen würdest du wählen? Schreib's uns in die Kommentare! Vergiss nicht, das Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst! D Det Und D Erdbeeren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017